Mit der A-Klasse E-Cell stellt Mercedes ein weiteres Fahrzeug seiner lokal emissionsfreien Fahrzeugflotte vor. Die im Unterboden verbauten Akkus erlauben eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Der Elektromotor leistet 95 PS. Aufgrund der modularen Bauweise von Daimler ist der Elektromotor bereits aus der B-Klasse mit Brennstoffzelle und die Batterietechnik aus dem Smart 4-2 Electric Drive bekannt. Die ersten 500 Elektro-A-Klassen werden zunächst an ausgewählte Kunden in Europa vermietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017